10. Dezember 2018 Die Stärkste Basketball-Liga der Welt geht in die neunte Woche und bietet Spannung pur. Die Dallas Mavericks haben sich durch einen Erfolg über die Houston Rockets im Playoff-Rennen der Western Conference zurückgemeldet. Luka Doncic lieferte wieder einmal eine Kostprobe seines Könnens. 10. Gegen die Orlando Magic wollen die Texaner nachlegen. Die Tabelle der NBA, die Boston Celtics feierten gegen die Chicago Bulls den höchsten Sieg der Franchise-Geschichte. Daniel Theiss steuerte einen Karriere-Bestwert von 22 Punkten beim 133 zu 77 bei. 10. Gegen die New Orleans Pelicans wollen die Celtics den Schwung mitnehmen. Anzeige, jetzt die neuesten NBA-Fan-Artikel kaufen. Hier geht es zum Shop. Seinen ersten Punkt für die Los Angeles Lakers erzielte Isaac Bonga gegen die Memphis Grizzlies. 10. Gegen die Miami Heat hofft der Deutsche auf weitere Einsatzzeiten und Punkte. Auch Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder sind gefordert. Gegen die Utah Jazz wollen die Thunder Platz 2 in der Western Conference wahren. 10. Dafür sollte aber im Vergleich zur Niederlage gegen die Chicago Bulls eine Leistungssteigerung her. Anzeige, jetzt die neuesten NBA-Fan-Artikel kaufen. Hier geht es zum Shop. Sport einem US und der ZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler live. 10. Alle Partien können mit dem Lüg-Pass der NBA verfolgt werden. 11. Mit Dick Nowitzki und Maximilian Kleber, beide Dallas Mavericks, Dennis Schröder, Oklahoma City Thunder, Daniel Theis Boston Celtics, Moritz Wagner und Isaac Bonga, beide Los Angeles Lakers, sowie Isaiah Hartenstein, Houston Rockets stehen derzeit sieben deutsche Profis in der NBA unter Vertrag. Die Top-Spiele und Partien der Deutschen der 9. Woche in der NBA, Dienstag, 11. Dezember Boston Celtics, New Orleans Pelicans, 1.30 Uhr, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, 2.00 Uhr, Dallas Mavericks, Orlando Magic, 2.30 Uhr, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, 4.30 Uhr, Live of the Los Angeles Lakers, Miami Heat, 4.30 Uhr, Mittwoch, 12. Dezember, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, 2.00 Uhr, Live of the Son Donnerstag, 13. Dezember, Washington Wizards, Boston Celtics, 1.00 Uhr, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, 2.00 Uhr, Live of the Son, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks, 2.30 Uhr, Golden State Warriors, Toronto Raptors, 4.30 Uhr, Freitag, 14.00 Uhr, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, 2.00 Uhr, Live of the Son, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, 4.30 Uhr, Samstag, 15. Dezember, Boston Celtics, Atlanta Hawks, 1.00 Uhr, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, 4.00 Uhr, Sacramento Kings, Golden State Warriors, 4.00 Uhr, Sonntag, 16.00 Uhr, Dezember, Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers, 1.00 Uhr, Detroit Pistons, Boston Celtics, 1.00 Uhr, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, 2.00 Uhr, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers, 3.00 Uhr, Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr wir ja 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 Bis zum nächsten Mal.